Ich bin gerade hier durch den See geschwommen und direkt vor mir schön eine Wasserschlange. Immer schön hier lang. Eine Eidechse ist dort auch noch. Nach ca. 20 Grad Wassertemperatur am 21. September und ca. 31 Grad Luft. Das muss man sich mal geben. Echt geil. So, hier auf dem Maisfeld wächst eine zweite Charge Mais. Hallo und willkommen zu einem Feuerwerk Video von mir. Das nenne ich einfach mal Zündlei im September. Jawohl. So, jetzt schon eines der Highlights des heutigen Tages. Siebenfache Mini-Fontänen. Ich weiß nicht, ich glaube Veko oder irgendwie sowas war das mal. Jawohl. Heftige Rauchentwicklung. So, jetzt gleich was härteres nochmal. Ich nehme übrigens allen Müll mit, den ich hier finden kann, auch den ich nicht selber gemacht habe. Hoffentlich dreht sich das mal. Ja, ich habe hier aus zwei Metern 107 und beim Pfeifen 111. Ja, man kann sagen, das ging gut. Der Magic Spinball ist sogar in einem Stück geblieben, hier ein bisschen eingeschmolzen. Kann man gleich in einem Stück aufräumen. So, ich hoffe man kann es noch sehen. Ein 10er Verbund, Feuerringe auf den Boden legen, nicht in der Hand halten. Das geht schlagartig los. Ich mache das jetzt auf Asphalt. Super, sehr geil, auf Asphalt war natürlich gut. So, zum Abschluss mit der Ruite und Knatterbälle. Die filme ich jetzt mal zuerst, als es noch etwas hell war. Knatterbälle, der normale, 113,8, jetzt ein getuneter mit fünffacher NEM. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Ja, die Ladung ist nach oben gegangen. Also, wie man sieht, hat es die Kugel nur durchgebrannt und die Ladung ausgeworfen. Der Rest ist ganz geblieben. Okay, dann tschüss, bis zum nächsten Video.